Ja hallo ihr lieben Mitbürger und so, ne? Ähm, heute gibt's Gurandia, aber ein ganz gechillter Part würde ich mal so sagen, weil hier ist grad voll chillstimmung und so, ne? Ich hab hier natürlich Powerwasser und so Schokoröllchen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So mit Waffeln und Schokolade überzogen. Ähm, also ich bin hier gut ausgerüstet und an sich auch eine sehr gechillte Atmosphäre im Moment. Warte ich erstmal kurz ein. Schönen, hm, 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 hm. Scheiß, es kommen nicht sehr professionell darüber, ist mir grade eingefallen. Ja, aufgefallen meine. Oh mein Gott. Ah, echt lecker muss ich sagen. Schmecken nach Schokolade und Waffen. Oh, warte mal. Hab ich hier eigentlich schon mal kämpft? Nee, hab ich noch gar nicht, ne? Warte mal. Kämpft mit Keule, oder wie? Guck mal mal. Ah, man, ich kann gar nicht richtig reden, wenn ich hier was esse. Ist doch scheiße. Ah, so wenig Schaden, oh. Auf jeden Fall werde ich diesen Part recht gechillt angehen lassen, also. Ein bisschen kämpfen, ein bisschen weiterlaufen. Ja, auf jeden Fall ist der Kunden. Oh, meine Schokoräugelchen lächeln mich an. Kann ich so machen? Du schaffst doch nicht. Dann esse ich halt immer so ein paar, wenn. Ja, wann esse ich so ein paar? Wenn Film läuft, wollte ich sagen, aber es läuft denn nie ein Film. Irgendwie sind die ganz schön stark hier. Irgendwie, ne? Halt, nee, halt. Alles klar. Leck! Ne Leckwelle. Meine Fresse. Warte mal. Ich mach echt wenig Schaden. Nicht schlecht, ey? Okay. Jetzt muss ich doch ganz kurz mal ins Menü. Weil die Ausrüstung. Das ist echt ein Stapel. Und das ist echt das Beste momentan. Unglaublich. Na gut. Büffelscheißer. Büffelscheißer! Hilfe! Ich wollte es doch mit Shit angehen lassen. So, dann kann man nicht runter. Büffelscheißer hab ich keinen Bock auf Büffelscheißer. Hm. Was ist das denn für ein Tor? Halt mal, kann man da durch? Wie, da kann man nicht durch? Ach, da kann man doch durch. Äh. Ah. So. Okay. Da hätte ich das Tor auch gleich weglassen können. Irgendwie. Verwirrung. So, greift er mich jetzt an oder kann ich durch? Kann durch. Okay. Hm. Die Kreppe sieht so aus, dass es bis da weitergeht. Aber nö. Nur ein Büffelscheißer und ein Yeti. Ein Rennsaal. Ah, ich hab... Oh, jetzt bin ich wieder im Menü. Ich hab doch voll viel Samen gekriegt. Warte mal. Geschicklichkeit. Justin. Warte mal. Ah, die hat schon alle Zauber. Brauche ich die Mannereier ja gar nicht mehr verteilen. Gut. Oh, je, 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 je. Ah, was ist das für eine Gegend? Meine Kreuzung. Äh, 30 jetzt von rechts und links. Ja. Ja, die Regeln helfen einem hier selbst weiter. Oh, was ist das denn? Äh, das ist gar nichts. Das ist eine Hölle. So. Ist alles recht gechillt bis jetzt so hier. Oh. Oh, ne. Ne, darauf esse ich ein Schokoröelchen. Warte mal. Einen kleinen Augenblick bitte. Ah, ich bin wieder da. Ah, ich bin wieder da. Oh, man ey. Also, ich muss schon sagen, das hat was. Beim Letzt-Präschen-Schokoröelchen zu essen, also. Oh, was ist das denn? Ja, noch so eine Leckwelle. Was tut? Burn to a Chris! Habe ich jetzt nicht gedacht. Aber, wo ist es besser? Was tut? Also, vielleicht sind nur diese Wörner so stark. Okay. Ja. Habe ich nichts dagegen jetzt erst mal so, ne? Oh, ich habe schon mal nicht auf die Uhr geguckt. Oh, wie immer. Wie immer. Wie immer. Ich spiele vielleicht vier Minuten. Nach meinem Gefühl. Vier Minuten. Ihr könnt ja auch nachgucken, wie lange ich schon spiele. Ich nicht. Ringelpiez. Nee, Ringelpiez. Gibt es das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ja, Ringel, Ringel. Irgendwas scheiße, Mann. Okay. Haben die Hobbys oder so? Vielleicht ist das so ein neues Spiel. Von den Yetis. Ich will sie nicht stören. Ich bin ja ein netter Mensch oder so. Ah, da war ich doch. Die Würmer wieder. Nehmen wir mal einen Kampf mit. Einen Kampf gegen die Würmer. Ich will mal gucken, ob die wirklich so stark sind, indem ich nochmal ein paar Zauber ausprobiere. Ich will ja sagen, ob die irgendwie so stark sind. Nein, ich will nur noch 28. Oh! Die hat ja... Die mäheziger Zauber schon drauf. Eieieieieieieieieieie, das probier ich mal aus. Jetzt habe ich die mega Zauber bin. Ist doch eigentlich auch klar, wenn man eine Keule hat und so aussieht. Vielleicht macht die immer One-Hits, ey. Was? Mit Special-Animation? Das hat euch mal Justine, ey. Weg. Alles klar. Stärkster Charakter im Spiel. Mit Special-Animation, ey. Ich glaube, es hat... So, Justin. Sehe meine Power! Ja, sehe meine Power! Oh, Justin, das ist doch gar nichts. Ich kann Meteoren vom Himmel sch- Hat der sich gerade gehalten? Der gerade in drei oder so? Einen Körper gehabt. Beben! Ein Wurm! Ein Wurm macht Beben! Alles klar. Und ich bin Mech-Mitarbeiter des Monats. Bam, bam, bam! Okay. Möge der Wurm in Frieden ruhen. Seine Bebenkraft habe ich an mich genommen. Gehört einfach nicht zum Wurm. Wollten die jetzt einen geplanten Hinterhalt machen, oder was? Solche Dreck-Säcke. Ich stehe vor denen. Und die laufen hinter mir und verursachen Hinterhalt. Alter, sind die irgendwie schlau, oder so? Ne. Die kriegen alles ab, was ich an Zorn überbieten kann hier. W-w-w- Weltende. Achso, doch, ja. Oh, Leitende, strecke die Gegend! Hab ich das schon mal benutzt? Ich glaube schon, ne? Ja, doch. Ich glaube, das habe ich schon mal benutzt. Egal. Die müssen jetzt erstmal alle leiden hier. Diese Bastarde! Die müssen leiden. Sie haben mir einen Hinterhalt für uns. So. Und Justin macht jetzt noch so einen epischen Finisher. B-slash! Ich bin Ben! Alright, wir gewonnen! Oh, Mann. Ich glaube, es wird immer wieder Zeit für Schokoröllchen. Wenn ich nicht rede, wisst ihr Bescheid, aber... Stellt euch einfach meine Stimme vor und... Werd kreativ! Mmmh! Hallo! WTF? Essen geraten! Ah, hier kommen wir runter, okay. Oh, nicht diese fetten Viecher, Mann! Was sagen gechillt? Ich hasse fette Viecher. Und da haben die noch nicht mal einen richtigen Namen. König Horn. Wer ist von denen? Wer ist König? Bist du König? Bist du König? Ich glaube, bist du König. Ne. Auch das muss man ein Ende haben. Geht, Ben. Es geht hier gechillt zur Sache. Also weg, dann. Und Feuerstuhl für Hör. Eine wunderschöne Sache. Der Rensa. Dann wieder. Gebe ich diesmal viele. Oder Geschütlichkeit, Profiler. Geschütlichkeit, Profiler. 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 Man kann hier nicht Status. die Schicklichkeit Oh Na doch Wieso hat Rap eigentlich soviel? Geschicklichkeit Dass das Brink weiß ich gar nicht Verteidigungsstufe für zwei Hörer Hilfe So Alter wie lange ist denn diese Welt hier? Was ist das für ein scheiß Tanzen man? Und das ist auch noch passend zur Musik Das ist echt lächerlich Das ist genauso damals in dieser Wüste wo die da auch so komisch getanzt haben Die hatten echt lange Weile die Entwickler Tanzende Yetis ey Boah weg Tanzende Yetis ey Das habe ich noch nie gesehen Kein Film Yetis sind vielleicht Dinger die irgendwas angreifen oder dann auffressen Aber noch keine tanzenden Viecher Ich habe noch nie tanzende Yetis gesehen Vielleicht sollte es mal so einen Film geben Da tanzt eine Yeti oder so Mit so einer roten Nase Ich erzähle wieder soviel Scheiße Warte mal Ich hab alle reich Boah ich hab hier noch soviel Rollchen Das ganze Packung Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Naja Der hat Der hat verteidigt Ja jetzt kommt Lita's Power Power Mega Monsterstar Bam Ah Lita gefällt mir irgendwie Die hat irgendwas Irgendwie Irgendwas magisches Besser auf jeden Fall als Ähm Als hier Guido Also Da kommt gar nichts Und Gattin Na gut Gattin Hat ja soviel War irgendwie schon so aus Level oder so Oder Naja Nita passt besser irgendwie so rein Sooo Hier haben wir irgendwas erreicht Das ist ein Speicherpunkt Aber hat mir schon mal ne Idee Ich speichere mal hier Über die Memory Card 48 Stunden ey 48 Stunden Kommt mir gar nicht so vor 52 Das kann auch irgendwie nicht sein oder 52 Stunden Ja das kann nicht sein Ich hab ungefähr 85 Parts Da müsste ein Part ja Hä ne Die Parts gehen nicht alle über ne halbe Stunde Ne Ne Das stimmt irgendwas nicht Ach gut ich hab ein bisschen offline gespielt Manchmal Manchmal hab ich auch offline gespielt Was ist das man? Alter das ist ein geschillter Part man Bleib ruhig Ich esse jetzt ein Rollchen so lange bis das da weiter geht Nummer Nicht Keine Zeit Nehm Ok gut so Gott sagt die Landwirte nicht nur aus Neustadt alle feine ohne Verteidigung dann kann ich es besser töten Magnitude 10, take that! Alle ohne Verteidigung das dürft ihr lieber mehr Angriff an mehr Schaden kriegen Guck dir das mal an Das sieht doch schon besser aus Ja So Axt Schon wieder? Schon wieder die Axt Wieso geht das so schnell? Nicht schlecht, eh? Ja, ich glaube ich muss mal wieder die Waffe wechseln Ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich die Waffe wechseln muss Oh Oh Alter, Mann Da Oh Ja, wie ich es erwartet habe Was ist denn besser? Hier wird noch die Verteidigung erhöht Aber das ist um 10 Verteidigungen mehr Ja Ich geh voll auf Angriff Ja Ich geh voll auf Angriff Warte mal, hä? Warte mal, hä? Ne Hier bin ich hergekommen Achso Hier, ne? Hier, genau Oh, ne Ne, kein Teil Gut Gut Ich wollt grad sagen Mh Ite macht mal wieder Ich will mal was neues Denk mal den Mit Animation Greift ein Feind mit Animation an Verarsch Hehehe Ist doch alles animiert hier, oder nicht? Mit Meteoritner Der hab mich schon angeguckt Verwirrung ist egal Kenn ich alle Ein Pfeil mit Schwerkraft festhalten. Die kenne ich auch, ja. Okay, dann gucken wir uns mal den hier an. Mal sehen, wer ist hier. Wieder sowas, Mann. Alter! Das Viech oder wie? Das ist gerade getan. Was? Ey, was hat Liete für lange Animationen, Mann? Das hat doch nicht bei Justin. Da kommt, da, da, Justin ist voll der No Name, ey. Wenn man das so sieht. Unglaublich. Liete, der Hauptcharakter. Weg, weg und tot. Ach, da lebt noch was. Okay. Dann gucke ich mir auch nochmal das andere an. Ein Pfeil mit Schwerkraft. Und ich das lag... Ach, jetzt nicht mehr. Nein, gut, okay. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, lauf. Ich will das andere sehen. Ach, das zählt nicht mehr? Egal, ich mach's beim nächsten Gegner. Ich mach's beim nächsten. Da hat der Wesens wieder voll energie... Oh ja! Greift alle zusammen. Okay, wir haben gewonnen. Das hat bestimmt auch wieder eine Animation. Verlustig, Mann. Jetzt bräuchte ich mal wieder einen Endboss. Da kann ich richtig weghauen. Ich will chillen. Oh ja, ja, ja. Das war ich hier nicht schon mal. Mann, das ist ein Vergleich aus. Ja, ich geh zuerst hier lang. Boah, meine Fresse. Meine Fresse ist das. Ein ekliges Gebiet. So, dann machen wir... den hier. Oh, great earth. Show your power. Oh. Noch ein Röllchen. Wir gucken uns das mal schön an. Keine Animation. Keine Großanimation. Hm. 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 Ich weiß gar nicht, ob man das hört, dass ich esse. Ich weiß gar nicht, ob man das nicht hört. Ich weiß gar nicht, ob man das nicht hört. Hm. 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 Egal, es ist halt gechilltert, aber wir wollen ja auch alle mal nicht nur hektisch sein, sondern auch mal Ruhe bewahren. Das tue ich. Was soll das denn? Fast tot. Der heilt sich irgendwie mal, ne? Irgendwie. Erstmal heilen. Mit Grundheilung. Hm. Für jedermann. Und Wasserstufe höher. Hat die dir gerade daneben geschlagen? Also wirklich. Alter. Just in Level 30. Das dauert richtig lange. Bin ich hier nicht hergekommen, Mann? Au, 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 au. Bin ich doch hergekommen, oder nicht? Hä? Hilfe. Hey. Nein. Oh, komm. Geht's hier lang. Oh, immer diese unterirdischen. Ich seh nichts. Hallo? Tö. Jetzt ja ohne Scheiß. Was haben die sich denn da eingetraut? Ich. Hä? Was soll das? Oh, ich glaube, da wurde ausgehangen. Äh, Mann, wie die aussehen. Näh. Näh, die sterben jetzt. Oh, great earth, show your power. Ja, ja, dann zeig mal deine power. Mit fliegen, ey. Alter. Tö. Die verteidigen wieder. 100 Millionen Degreer, mach das! Nice Combo! Was für ein Fisch! Da laufe ich halt hier wieder lang. Oh Gott, das ist überhaupt nicht. Ich bin gechillt. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ist das auch eine Karte? Bin ich eigentlich hergekommen? Was? Angriffen noch? Das ist nicht in Ordnung. Könighorn ist wieder da. Alle zusammen. Alle zusammen. Ich glaube, das hackt hier. Alle zusammen. Tö. Das gibt es hier erstmal. Alle zusammen. So. Alle zusammen in den Boden. Okay, wir gewinnen. So kann man bestimmt voll farben. Man macht die ganze Zeit nichts. Und die anderen machen immer alle zusammen. Und dann hat man auf einmal da so 400 Gegner auf dem Bildschirm. Und dann macht man einmal... und dann ist alles weg. Boah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt schon nicht auf den Schuppe rollchen. Ich habe jetzt... Er ist dann wieder genug. Oh, heute war auf, diese Scheiße zu machen, Mann. Hallo. Die fliegen da auch und kriegen noch einer rein. Alles klar. Unglaublich ist das. Unglaublich. Tö. Gatwins secret move. Dragon, King, Slice. Den Arsch ist so gechillt, ey. Was sind solche Scheißmonster? Das war knapp. Ja, war es auch. Ne, ist nicht knapp. Das war schon... Das ist schon vorbei, Mann. Final ist erledigt. Da ist nichts knapp. Alter, man kann doch nicht mal vorbeilaufen. Hier kommt der Nächste. Kann nichts machen. Boah, das ist doch scheiße, Mann. Boah. Mach ich halt wieder in der Combo. Er zaubert den Zauber schon stiller als Rap, unglaublich. Obwohl er eigentlich gar nicht unglaublich. Komm mal zurück für mehr. Und Powerwasser. Lass dürfen die eigentlich tot sein. Genau. Komm zurück mit mir in den Forstmann. Afina ist auch tot. Ich kriege ja keine Erfahrung. Aber die Erfahrung ist eher low. Aber... Ich sollte mich mal anders zum Heilpunkt rumsehen. Das ist keiner da. Was ist das für ein Scheißgebiet. Das ist kein Scheißgebiet. Da kann man nicht viel machen. Das ist viel zu groß. Und mein Part ist gerade abgelaufen. Fällt mir gerade auf. Gott, Alter. Diese Würmer hasse ich am übelsten, sie sind richtig böse. Die Würmer sind richtig böse. Obwohl sie am unscheinbarsten aussehen. Der hat doch Allheil 2 hier, ne? Ne, Allheil 1, ja gut, nehmen wir auch. Da, da! Was machen die Würmer denn da? Alter, nur im Prozieren. Durch die Schmerzen des Gottes. Das ist doch jetzt hier wieder mit dem, ne? Ja. Gut. Verrückt! Ich habe mich verworren, oder wie? Auf dem Rap. Hat auch geklappt. So, dann beenden wir das alles wieder mal mit der Balle. Oh! 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 Ich habe einen Chris! Unglaublich, ne? Alright, wir wonen! Ich will jetzt einfach nur noch ein Safe finden. Einfach nur ein Safe. Um mich so mal schön heilen kann. Oh! 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 Okay! Dann kann ich jetzt den Part noch beenden. Ja, das war der gechillte Part und so, der ja nicht gechillt war irgendwie am Ende, war es irgendwie doch ein bisschen scheiße. Egal, bis zum nächsten Mal mit dieser J-Basis da. Bis dann, tschüss.